Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Ich hoffe, alle hatten ein halbwegs entspanntes Wochenende nach dem voluminanten Wochenausklang, was wir nach den Non-Farm-Payrolls am Freitag gesehen haben. Das war einfach nur Wahnsinn, wie die Indizes nach oben gesprintet sind. Der Markt war sehr überrascht von den positiven Meldungen. Ich zeige gleich nochmal, was die Überraschung hier gegeben hat. Wir blicken heute auf Euro, US-Dollar, britischen Pfund, Austral-Dollar und Schweizer Franken, japanischen Yen bei den Währungen. Dann blicken wir auf den DAX. Da habe ich eine Frage zu bekommen, warum der DAX denn steigt, wenn die Fundamentaldaten so schlecht sind. Da gucken wir auch mal kurz drauf aufs Bild. Da sage ich ein paar Worte dazu. Und dann natürlich gerne auch Zeit für den ein oder anderen Wunschmarkt. Heute leider ohne GoToWebinar. Der Stream wollte sich irgendwie nicht öffnen lassen. Ich bitte das Ganze hier an dieser Stelle zu entschuldigen und hoffe, dass morgen wieder alles ganz normal in alter Frische funktioniert. Also das dazu und ich würde sagen, wir machen einfach gleich mal weiter mit dem Risikohinweis. Wir sehen es hier geschrieben. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das dazu und dann jetzt kurz zu den Nachrichten. Hier hinten sehen wir noch die alten Nachrichten. Von letzter Woche, vom Freitag. Das habe ich mal kurz drin gelassen. Das lösche ich gleich raus. Aber wir sehen hier unten drunter. Schaut mal. Freitag. Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Da waren minus 8 Millionen angegeben. Das waren die Erwartungen. Im Vormonat waren es minus 20 Millionen. Tatsächlich haben wir einen Zuwachs gesehen. Und das war die Überraschung des Tages sozusagen. Und die hat dann halt dafür gesorgt, dass die Aktienmärkte kräftig gestiegen sind. Schauen wir auf die Nachrichten an dieser Stelle heute. Und hier so viel ist es nicht. In Australien ist Feiertag. Gut, okay. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ich wünsche Ihnen Australien einen angenehmen Feiertag. Aus Japan haben wir Informationen zum Bruttoinlandsprodukt bekommen. Für das erste Quartal erwartungsgemäß geschrumpft. Die Prognose war hier sozusagen minus 0,5. Aktuell minus 0,6. Industrieproduktion in Deutschland führt den März. Auch das. Ja, ganz klar. Der März stand zu 100 Prozent unter dem Thema der Corona-Krise. Den Einschränkungen. Da ist es logisch, dass der Markt hier schlechter ist. Aber wie viel schlechter war auch das. Weit neben den Erwartungen oder neben der Prognose minus 17,9. Aber das ist wie schon gesagt Vergangenheit. Wir müssen in die Zukunft schauen. Und da sollte es doch besser ausschauen. Zumindest, das hatte ich ja letzte Woche auch schon ausgesagt, sagt der ein oder andere Unternehmenslenker. Wenn sich das Ganze wieder bessert, dann könnten die Zahlen auch schon wieder bald deutlich besser ausschauen. Hier das Ganze, wie schon gesagt, aus der Industrieproduktion. Dann spricht Frau Lagarde heute Nachmittag noch um 15.45 Uhr. Und das war es jetzt schon mit den großen, wichtigsten Nachrichten hier. Da hatte ich geschaut in der Eurozone in Deutschland, Großbritannien und auch den USA. Da gibt es heute nicht so viel. Das haben wir ja aber am Freitag in der kleinen Wochenvorschau gesehen. Und damit starte ich dann gleich noch einmal durch hier. Und wir gehen rein in die entsprechenden Charts. An dieser Stelle sei auch noch einmal gesagt, danke für die guten Morgengrüße. Und wer Fragen hat, bitte einfach reinposten hier auf Facebook. Ich schaue mir das Ganze an und gehe ich gerne auch auf den ein oder anderen Wunschmarkt selbstverständlich auch noch mit ein. So, jetzt mache ich den Bildschirm mal noch eben groß, dass man die Charts besser sehen kann. Und wir starten mal mit dem Währungspaar Schweizer Franken, Japanischer Yen. Wie schon gesagt, der Index, der DAX kommt nachher auch noch. Den machen wir hinten dran an die drei Währungen. So, nur aber los hier. Schweizer Franken, Japanischer Yen. Das schauen wir uns mal an. Ich finde eine sehr, sehr interessante Verortung, die wir hier haben. Ich gehe mal kurz auf den Wochenchart, damit man es noch besser sehen kann. Schaut mal hier in diesem Bereich hier oben, die über den Daumen 114.3. Das hier oben, das ist ein Deckel oben drauf. Der ist vom Markt schon häufig beobachtet worden, angelaufen worden. Und wir sind immer wieder abgeprallt. Also hier sind wir herangelaufen, abgeprallt, herangelaufen, abgeprallt. Hier sind wir gar nicht erst bis dran gekommen. Hier sind wir letzte Woche allerdings erstmals auch drüber gegangen. Aber wir sehen es auch hier. Die Wochenkerze entsprechend oben lunte und dann geht die Post nach unten ab. Das heißt, auf Wochenbasis, wenn wir nun mal das sehen jetzt hier, wenn sich diese Kerze, die wir hier jetzt haben, nach unten entlädt, dann haben wir etwas Luft nach unten, um diese starke Aufwärtsbewegung zu korrigieren. Und das schauen wir uns jetzt mal auf der Tagesbasis an. Tag und Woche zusammen, weil sie halt zusammenhängen. Also wenn ich mir jetzt eine Woche anschaue, da macht es relativ wenig Sinn, wenn ich jetzt eben mal in den Stundenchart reinschaue, ohne mal zu gucken, was überhaupt der Tag macht. Deswegen schauen wir mal in den Tag. Und im Tag, da haben wir halt schön drinnen die Kerze hier vom Freitag. Das ist diese, diese schwarze hier. Hier am Donnerstag sind wir in den Widerstand reingelaufen. Freitag haben wir nur kurz drüber gelookt und dann kam direkt der Abverkauf. Jetzt gehe ich mal kurz in die Stunde, da sehen wir es. Schaut mal hier, da haben wir den Aufwärtstrend gehabt. Kleinen Augenblick, ich mache es mal kurz etwas kleiner. Hier, das war die letzte Aufwärtsbewegung, der letzte Bewegungsarm, mal im Trendverlauf der Stunde. Und schaut mal hier, das hier war der wichtige Bereich. Da sind wir unten drunter gelaufen. Hier, das war erst Support gewesen. Da oben war das Top und jetzt sind wir drunter gelaufen. Und wenn sich das Ganze jetzt nach unten entladen sollte, dann haben wir durchaus auch ein bisschen Potenzial zur Unterseite reinzulaufen. Das heißt, hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, Blick nach unten, den Deckel oben haben wir drauf, um die 114. Wenn es jetzt hier unten unter die 113, 59 drunter durchfällt, dann haben wir den Weg Richtung tiefere Regionen offen. Und das zoome ich mal ganz kurz zusammen hier. Da bleiben wir nämlich in der Stunde, weil es die Gegenbewegung ist. Das sind halt die Extreme der Außenkerze vom Freitag hier. Die blaue Linie hier oben und da unten. Wie schon fallen wir unten drunter? Das ist die Bestätigung dafür, dass die Korrektur über die Preisseite ausgedehnt wird. Und wie schon gesagt, Andorf-Level haben wir. Schaut mal hier, haben wir einen Korrektur-Tiefbereich am Ausbruchsbereich 113, 09. Das ist Nummer 1. Das ist das, was wir schön im Stunden-Chat ersehen können. Nummer 2 ist verortet in genau so einem Bereich. Nur der kommt von etwas höher her. Schaut mal hier, diese 112, 5. Das kommt aus diesem Bruchbereich hier, als wir hier auf die Kauforders gestoßen sind. Und das ist das Level hier unten. Und das ist das, wo die Stunde schon mal angetestet hat und dann auch wieder nach oben gelaufen ist. Also wir sehen, wir haben zur Unterseite hin einige Anlaufpunkte. Wichtig ist, was passiert hier? Bricht es unten durch? Könnten wir durchaus etwas Korrektur nach unten mit sehen. Laufen wir allerdings oben drüber. Und zwar auch hier oben über die 114 drüber. Dann steht wieder der Widerstand, beziehungsweise hier oben die 114, 59 im Raum. Also wenn es dann irgendwann umdreht, wenn das gleich passiert, ist das natürlich ein Zeichen von hoher Stärke. Wenn es tiefer passiert, dann haben wir die Anlaufpunkte oben da. Nummer 1. Und für diejenigen, die sich sagen, Mensch, da könnte ja aber auch noch was oben rauskommen, da schauen wir nochmal einfach in die Woche rein. Und da ist natürlich ordentlich Luft nach oben. Wenn wir jetzt hier unter diesem Level etwas verharren sehen und dann trotzdem über das Wochenhoch der Vorwoche durchstoßen, dann ist hier nicht viel. Schaut mal hier hinten, da kann nicht wirklich viel aufhalten. Da ist Luft. Und diese Luft könnte durchaus geholt werden mit Anlauf und dann hier in Richtung der 118 oben reinzulaufen. Das ist ein sehr, sehr interessantes Level. Wie schon gesagt, wir stehen jetzt hier aber erstmal vor der Frage, kommt es zu einer Korrektur oder nicht. Und wie schon gesagt, wenn es dazu kommt, dann haben wir ein bisschen Luft zur Seite. Kommt es nicht dazu, dann ist der Markt wirklich sehr, sehr stark und dann können wir uns wirklich schnell zur Oberseite auch orientieren. Also das Level, wo wir gerade sind, ein schönes Level, wo wir durchaus Bewegung sehen könnten. Das zum Schweizer Franken, japanischen Yen. Als nächstes schauen wir auf das Währungspaar britischer Fund. Australdollar. Wo ich schon gesagt habe, die Australier haben heute Feiertag, aber die sind um diese Zeit ja eh meistens nicht mehr am Desk. Die sind ja einiges voraus oder beziehungsweise der Handel geht dort langsam auch zu Ende. Ich glaube, die sind acht Stunden voraus momentan oder so. Also das heißt, die haben dort jetzt 16 Uhr, geht auf 17 Uhr zu. Da wird nicht mehr viel kommen. Aber wie schon gesagt, interessant von der Verortung her. Bevor wir hier auf die kleineren Details gehen, möchte ich euch mal zeigen, wie ich auf den Trade oder die Handelsidee aufmerksam geworden bin. Und zwar, schaut euch das mal an. Wir haben hier im Chart, habe ich das mal eingezeichnet, das ist der Wochenchart. Und im Wochenchart habe ich das mal mit Pfeilen markiert, wo wir gerade verortet sind. Das ist genau der Bereich dieser dicken Aufwärtstrendlinie. Und das ist ein Bereich, der wird häufig doch sehr, sehr stark umkämpft. Und das ist jetzt das Interessante, das ist die Idee hinter dieser Geschichte. Wenn wir tatsächlich hier unten einen Bounce bekommen, der nach oben wegschnappt, das könnte einiges an Gegenbewegungen geben. Fallen wir drunter, ist das auch ein Zeichen. Also das heißt, wenn wir direkt unter dieses Level fallen, ja, dann haben wir die Anlaufpunkte unten drunter liegen. Und deswegen von hier aus, von dieser Situation, wo wir jetzt hier verortet sind, das ist die interessante Situation. Und da schauen wir einfach mal, was der Tag hier macht. Und das ist nämlich sehr, sehr interessant, was hier unten passiert. Der Tag zögert hier so ein bisschen. Ganz klar, wir sind definitiv verortet in einem Abwärtstrend auf Tagesbasis. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Wenn wir uns das mal anschauen hier, das ist ein astreiner Abwärtstrend. Und jetzt kommt es halt darauf an, was macht der Markt aus dieser Verortung hier unten? Gibt es eine Flagge, dann haben wir eine schöne bärische Flagge. Gibt es einen Keil, dann haben wir einen bärischen Keil. Das heißt, der Markt kann uns hier unten schon sehr genau zeigen, Hey, ich bin Bullish oder Hey, ich bin bärisch. Und deswegen schauen wir hier ganz genau hin. Warum? Wir haben hier ein Support Level liegen. Schaut mal, das kommt aus dem Aufwärtstrend, den wir hier hatten. Da ist ein Korrekturtief gewesen. Das ist die Marke von 1,08, 0,6, 5. Das ist der Bereich hier unten. Und wenn wir da tatsächlich jetzt einfach nur kurz Luft holen und nicht über das von mir markierte Tageshoch drüber laufen, das ist die Marke von 1,83, 2, dann haben wir eher die Bärenseite da. Und dann sollten wir uns eher zur Unterseite orientieren, wenn wir tatsächlich den ordentlichen Bruch kommen. Und das Ganze müssen wir uns von der Wahrscheinlichkeit einfach mal abschauen oder anschauen. Und da sehen wir halt, dass diese Marke hier oben, die 1,83, 2, 2, schon ein entscheidender Marke ist. Weil wenn wir nur einfach hier unten jetzt ein bisschen hin und her tänzeln und der Markt sich auf niedrigem Niveau verhält, dann ist das einfach eine Korrektur über die Seitwärtszeit. Und das ist dann eher doch ein Zeichen von Schwäche. Heißt also an dieser Stelle, wenn wir tatsächlich unten drunter durchfallen, dann können wir uns schön zur Unterseite hin orientieren. Und die Anlaufmarke, die wir haben, schaut mal, wenn wir hier durchbrechen. Der nächste Anlaufpunkt, das nächste Korrekturtief haben wir hier unten liegen, um die 1,77, 9. 9 zwischendrin, hier sehen wir, es gibt es mal, ja, der Bereich hier um die 1,78, 7 in diesem Drehbereich. Das ist noch ein kleiner Anlaufbereich, den wir hier haben. Also da ist schon einiges zur Unterseite da. Und wie schon gesagt, wenn sich Korrekturmuster bildet, schaut mal, da kann hier unten alles passieren. Wie schon gesagt, das kann durchaus eine Flagge werden. Das kann durchaus ein Dreieck werden. Also da kann einiges passieren, was wir hier haben. Das kann auch ein Keil werden. Wir müssen hier hinschauen, was passiert. Und dann das tun, was wir machen müssen, wenn wir diese Formationen sehen. Das heißt, gibt es hier bullische Tendenzen und es bildet sich in der Stunde ein Aufwärtstrand. Dann haben wir die Chance, nach oben zu laufen. Und das schauen wir uns noch mal ganz kurz an, wo wir da hinlaufen können. Denn da gibt es durchaus Anlaufpunkte. Da müssen wir uns einfach mal orientieren, hier, wo sind wichtige Level. Und da sehen wir halt, in diesem Bereich, schaut mal hier, das, dieses Level hier, in diesem Drehraum. Da sind wir sozusagen da. Und, kurzen Augenblick. Jetzt geht GoToWebinar doch auf. Na ja, mal schauen. Guckt mal kurz. So. Jetzt kam GoToWebinar doch zusammen. Also, sage ich an dieser Stelle noch einmal einen schönen guten Morgen auch an all die Zuschauer, die jetzt hier im Webinar über GoToWebinar auch mit reingekommen sind. Mach hier mal kurz noch den Schwung in den Risikohinweis zurück. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, GoToWebinar hatte heute etwas Probleme mit dem Start. Jetzt ist GoTo doch noch aufgegangen. Das hatte ich im Hintergrund laufen. Der Prozess ist jetzt durch. Das heißt, all diejenigen, die hier im GoToWebinar auch zuschauen, danke fürs Warten. Der Risikohinweis ist ganz klar noch einmal in Gänze hier zur Kenntnis nehmen, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann. Wir sind gerade stehen geblieben bei der Besprechung vom Währungspaar britischer Fund Australdollar. Und wie schon gesagt, die Korrektur hier, wie schon gesagt, die kann sich durchaus andeuten. Heißt also, laufen wir tatsächlich oben drüber. Die Anlaufpunkte haben wir oben. Und dann sehen wir hier halt den Drehbereich ganz grob über den Daumen. 1,84,8 haben wir da oben drinnen an dieser Stelle. Dann das Thema hier oben, dass wir den Markt weiterlaufen sehen, in diesen Bereich hier oben rein. Also, das ist die Marke von 1,86,6 an dieser Stelle. Und das ist durchaus auch ein Anlaufbereich, den man in der Korrektur durchaus mit auf der Uhr haben kann, wenn wir sie denn kriegen. Und das ist die große Frage. Aber diese Verortungen, wo wir sie hier sehen, die sind halt oft prädestiniert dafür, dass wir eine Bewegung bekommen. Und wie schon gesagt, wenn der Markt die Entscheidung trifft, in die korrektive Phase reinzulaufen, also in die Gegenbewegung, dann haben wir Luft nach oben. Fällt der Markt allerdings direkt unten drunter. Das heißt, bleibt er schwach, dann haben wir ganz klar das Zeichen. Moment, wir wollen hier keinen Markt, der nach unten läuft, sondern, ja, wir wollen hier ganz klar, wir wollen nach unten und den Bruch. Und dann sehen wir die weiteren Marker unten liegen. Also, durchaus Potenzial für beide Seiten zur Korrektur oder zum Bruch nach unten im britischen Fund Austral. Und damit kommen wir zum Währungspaar Euro-US-Dollar. Ich sehe auch gerade einen Wunschmarkt, haben wir auch schon bekommen, das Währungspaar Euro-Britischer Fund. Da gucke ich natürlich auch direkt mit drauf. Zuvor allerdings schauen wir auf den Euro-US-Dollar. Der ist ja absolut durch die Decke gegangen. Jetzt muss ich suchen, hier haben wir es. Irgendwann merke ich mir das auch. Das ist ja, also was wir hier letzte Woche gesehen haben, das war einfach absoluter Irrsinn. Ja, damit konnte man einfach aus fundamentaler Sicht gar nicht rechnen. Aber der Markt scheint hier gerade ein ganz anderes Bild zu spielen, als zu sagen, okay, ist der Euro nur schwächer als der Dollar. Es wird so gewesen sein, dass man vorher die starken Abgänge halt auch mit bezogen hat auf die Zinsdifferenzen zum US-Dollar beispielsweise. Die ist ja nun kaum mehr noch vorhanden. Und da gibt es dann halt Gegenbewegungen. Und die Aussicht, dass die Zinsen in den USA so schnell nicht steigen werden, führt dann halt häufig auch zu solchen Gegenbewegungen. Im großen Bild ist es jetzt wichtig zu sehen, wo können wir hinlaufen. Schaut mal, wir haben hier oben in diesem Bereich hier, wo wir hier schon mal die Spikes immer mal drin gehabt haben an diesen Stellen, etwas unter der Marke von 1,14. Also wir haben hier das Spike hoch gesehen bei 1,13, 8,4. Da war das hoch. Da wird die Luft ein bisschen dünner. Technisch gesehen hätten wir ohne Probleme jetzt Luft oben rein bis 1,15. Das ist also eine Situation, die wir durchaus ohne weiteres in Kürze auch erleben können. Wir sehen, wie hart umkämpft dieser Bereich hier oben ist. Also da ist durchaus einiges da, dass man einfach mal auch oben rein lupft. Die Frage ist nur, kommt es oder sehen wir eine Korrektur? Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal eben kurz an. Was wir hier oben nämlich haben ist, diejenigen, die die Chartanalyse sehen und lesen können, die sehen ja, was hier oben los ist. Wir haben rein von der Verortung her eine extrem weit gelaufene Bewegung. Und diese extrem weit gelaufene Bewegung hat uns am Freitag einen ersten Rückgang beschert. Das heißt, wir haben das initiale Korrekturmuster bekommen. Wir haben ein Handelssignal auf die Short-Seite im Markt drinnen. Das wäre dieses Umkehrsignal hier an dieser Stelle. Das heißt, das ist das Zeichen, dass die Korrektur fortlaufen könnte. Was hier passieren muss ist, dass wir hier unten drunter durchlaufen. Das heißt, der Bruch unter das Tief vom Freitag. Ich nehme euch die Marke mal kurz runter. Hier da unten drunter. Das ist das Tief. Und wenn wir da tatsächlich unten drunter durchfallen, da schauen wir jetzt mal kurz in den Stundenchart rein, dann haben wir nämlich schön den Lauf nach unten. Wir sehen es. Der erste Rutsch, der schön nach unten durchgekommen ist, der hat das Trend hoch bzw. das Korrektur-Tief hier von dem Bewegungstrend rausgenommen. Wenn ich es mal kurz kleiner zoome, schaut mal, das ist der letzte Run nach oben. Das ist das hier. Und das ist sozusagen der Trendverlauf, den wir unter untergeordneten Zeit sehen. Und dieser Trend ist jetzt gebrochen. Und wenn wir jetzt hier unten drunter durchlaufen, dann wird sich dieser Abwärtstrend bestätigen. Das heißt, wir haben im Kleinen einen Gegentrend. Und dieser Trend stellt dann die Korrektur dar. Und den kann man natürlich reiten, nach unten hin laufend. Erster Anlaufpunkt, das ist sehr, sehr nah. Aber es kommt halt auch immer darauf an, wie nah man den Markt auch tradet, wie klein die Zeiteinheiten sind. Das wäre mal hier unten dieses Ausbruchslevel, was wir da haben, um die Marke von 1,12,58. Ansonsten, wenn wir da drunter durchrutschen, dann können wir uns orientieren an den Swing Lows, die wir hier gehabt haben. Das heißt, wenn wir uns diese Bewegung mal anschauen, die Korrekturtiefs. Und dann haben wir hier die nächsten Bereiche um die Marke 1,11,9 bzw. 1,12. Also hier, das ist dieser Bereich. Da ist auch ein kleiner Ausbruchsbereich. Beziehungsweise dann, wenn man es enger zusammenzoomt, sehen wir es hier. Dieses Level, als wir dieses Zwischenhoch aus dem Markt genommen haben, um die Marke von 1,11,475. Das sind mal Anlaufmarker, die wir zur Unterseite haben und die wir durchaus auch auf der Unterseite bespielen können, wenn wir hier die regressive Phase nach unten entsprechend ausdehnen. Regressive Phase aus dem Grund, weil dieser Bewegungsarm hier nach oben halt entsprechend zu weit gelaufen ist. Und das ganz einfach, das ist, was der Markt uns gerade sagt. Wenn er wieder rumdreht, dann muss dieser Trend sozusagen, wenn er denn entsteht, der Bewegungstrend nach unten, der Korrekturtrend, der muss dann rausgenommen sein. Wie schon gesagt, den ersten Schub haben wir schon nach unten hier. Das ist der erste Bewegungsarm, der lief auch leicht trendig. Dann hatten wir jetzt die Gegenbewegung hier momentan bis oben hin. Und wie schon gesagt, wenn sich das Ganze als Trend bildet, dann haben wir schon die Chance, unten reinzulaufen. Und wie schon gesagt, Umkehr kommt dann, wenn dieser Trend entsprechend rausgenommen wird. Dann läuft es wieder nach oben und dann können wir uns zur Oberseite orientieren. Jetzt an dieser Stelle müssen wir aber erst mal schauen, was hier natürlich vom Markt gemacht wird. Ob wir tatsächlich runterlaufen oder ob der Markt megamäßig stark bleibt und wir an dieser Stelle hier die Bullen weiter im Attacke-Modus Richtung 1,15 Dollar sehen. Das ist der Blick hier in den Euro-S-Dollar in der Stunde. Dann mache ich nochmal kurz den Tag auf, wie schon gesagt, das Umkehrsignal. Und wenn es oben übers Zwischenhoch läuft, dann haben wir einfach nur eine Korrektur gesehen und können das Ganze schön nach oben weiter reiten. Und damit gehen wir, würde ich sagen, nochmal einmal in die Währungen und zwar Euro-Britischer Fund schauen wir uns an und dann schauen wir auf den DAX, um mal zu schauen, was hier gerade auch los ist. So, Währungspaar Euro-Britischer Fund, da haben wir es hier unten zu sehen im 4-Stunden-Chart mal. Ich mache mal kurz noch den Tagesschart an dieser Stelle auf. Man sieht also hier im Tagesschart, wie die aktuelle Situation ist, dass wir hier doch einen sehr, sehr starken Aufwärtsschub bekommen haben. Der lief auch trendig ab. Wir sehen es hier drinnen. Schaut mal hier, das ist der Trend, der hier nach oben reinging. Die Währung momentan ist sehr, sehr unsicher unterwegs. Es hat sich wieder mal eine Range rausgearbeitet. Wir sehen es hier oben, über die 0,90 kommen wir nicht so richtig drüber und hier unten um die 0,88, 0,89, da will der Markt nicht so richtig drunter. Also das ist dieses Hin- und Herpendeln in diesem Bereich. Das ist ein bisschen schwierig, aber diejenigen, die sich Ranges auch immer mal wieder angeschaut haben, die werden ja auch mitbekommen haben, dass es durchaus interessant ist, von der Unterseite Richtung Oberseite oder von der Oberseite Richtung Unterseite zu traden. Und wenn wir uns das mal kurz hier im 4-Stunden-Chart auch anschauen wollen, da sehen wir dieses Bild auch, was sich hier hin und her, sage ich mal, bewegt. Und wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, dann braucht man keine Koryphäe zu sein, um zu sehen, was das hier ist. Das ist eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Und wenn eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation sozusagen in so einer Verortung auch auftritt, dann hat man schon die Chance, nach unten entsprechend durchzulaufen. Das heißt, wenn sich das Ganze tatsächlich nach unten hin auflöst, dann haben wir rein rechnerisch einiges an Potenzial, nach unten hin zu sehen. Das heißt, durchaus mal, wenn man das Ganze mal spiegelt, ich mache es mal eben ganz kurz, also wenn man sozusagen diesen Rücklauf hier nach unten setzt und einfach mal 1 zu 1 dran setzt, dann haben wir schon ohne weiteres das Potenzial, hier unten die 0,87 bzw. die 0,86,6 mit anzulaufen. Nein, entschuldigt, die 0,86,8. Das Potenzial ist durchaus im Markt und das könnte man ohne weiteres spielen. Und das wäre dann sozusagen der Bruch unten drunter durch und dann läuft der Markt nach unten weiterhin. Und das ist das, was wir hier durchaus momentan auf der Uhr sehen. Wer sich das Ganze im kleinen Bereich anschauen möchte, der guckt ganz einfach mal in die kleineren Zeiteinheiten. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal hier die 15 Minuten an. Da muss ich es allerdings mal ein bisschen zusammenraffen. Wir sehen, was hier los ist. Ich mache mal kurz die Zeit-Trend-Erkennung raus. Schaut mal, das ist der Abwärtstrend, der momentan hier am Laufen ist. Da sehen wir jetzt die Gegenbewegung. Und wenn der tatsächlich unten drunter rausläuft, dann nehmen wir diesen, sage ich mal, Nackenbereich dieser SKS raus. Und das wäre dann wirklich der Trigger, dass wir hier nach unten laufen. Dann wäre sozusagen die zweite Schulter, die rechte Schulter auch nicht nur geformt, sondern bestätigt der Bruch durch die Nackenlinie. Und das wäre dann das Bild, was wir hier nach unten hin durchaus mit anzeichnen können. Aus dieser SKS-Emischung, sage ich mal, die Ausformung. Ich muss sagen, die ist schon wirklich interessant. Von der Verortung her ist es auch schön, am Ende und das Ganze dort oben rauszulaufen. Also das Ganze. Hoppala, wartet mal einen kurzen Augenblick. Irgendwo ist hier ein Mikro an. So. Keine Ahnung, das klang gerade wie Kinderfernsehen, was uns hier beleuchtet hat. Brauchen wir nicht. Sandmann kommt erst heute Abend. Also wie schon gesagt, das ist der Spruch oder die Besprechung über den Euro-Britischen Fund. Und dann gehen wir jetzt nochmal auf den DAX. Den DAX mal hier drinnen. Und an der Stelle muss ich einfach mal sagen, ich habe am Freitag eine Frage gestellt bekommen. Warum steigt denn der DAX, wenn wir so wirklich brutal schlechte Wirtschaftsmeldungen haben? Es ist für viele nicht vorstellbar, was da passiert. Und ich klar, natürlich, wenn man diese Nachrichten hört, dass wir, wir haben es ja heute Morgen auch gesehen, wie die Industrieproduktion in Deutschland im März gewesen ist. Sehr, sehr, sehr schlecht. Wir haben eine extrem hohe Kurzarbeit. Wir haben Umfragen jetzt bekommen, ob denn die Bürger tatsächlich mehr Geld ausgeben, weil jetzt die Mehrwertsteuer gesunken ist. Da kam in der Umfrage, ich habe das auf NTV heute Morgen gesehen, die wird wahrscheinlich nicht repräsentativ sein. Keine Ahnung. Aber das, was ich dort gehört habe, sagt ganz einfach, okay, jetzt nur weil die Mehrwertsteuer gesunken ist, geben wir nicht gleich mehr Geld aus. Punkt. Ja, das ist einfach so. Das ist das, was gesagt wurde. Da stelle ich mir dann halt die Frage, okay, mehr Geld ausgeben in Bezug auf was? Ja, in Bezug auf vor der Corona-Krise oder während der Corona-Krise. Also selbst wenn die Leute anfangen, wieder das Geld auszugeben, was vor der Corona-Krise ausgegeben worden ist, dann ist das ja schon eine wahnsinns, sage ich mal, gute Zutat für eine Besserung der gesamtwirtschaftlichen Situation für die Unternehmen. Also da muss man irgendwo mal schauen, was los ist. Aber, und das ist jetzt der wichtige Punkt, es gibt ja so eine Regel, so eine grobe Überdaumenregel, wo man einfach sagen kann, okay, die Börse läuft der Wirtschaft in der Regel vorne weg. Das heißt, die Einbrüche kommen oft, bevor die Wirtschaftsdaten das anzeigen, weil die Wirtschaftsdaten, die sind ja nun mal immer rückläufig. Und wenn ich jetzt einen Bericht habe, der das letzte Quartal beleuchtet, dann hat die Aktie das letzte Jahr oder der Aktienmarkt oder auch der Währungsmarkt das letzte Quartal ja schon komplett durchlaufen. Das heißt, da sieht man schon, was gestochen und gehauen wurde. Der Bericht kommt erst im Nachgang, ja. Das heißt, das ist ja immer nachgelagert. Deswegen kommen diese Daten auch immer viel zu spät, um eine richtige Einschätzung zu sehen, was denn an den Märkten passiert. Hier macht es dann durchaus Sinn zu sagen, okay, wir nehmen jetzt die Fundamentaldaten auf der einen Seite und nehmen einfach mal die technischen Daten auf der anderen Seite. Und da sieht man halt, was die Märkte spielen. Das sieht man nicht nur im DAX, das sieht man auch in den anderen Indizes. Und wir sehen ja hier sehr, sehr stark einen sehr, sehr bullischen Markt, der hier unterwegs ist. Und das ist halt der Faktum, wenn man sowas sieht. Schaut mal hier unten. Ich mache mal kurz das Fahnenkreuz an. Wir sind hier unten. Schaut mal hier. Wann ist denn das passiert? Im April ist der Aufwärtstrend im DAX gebildet worden. Überlegt euch das mal. Im April, ja, da lief über die Fernsehkanäle und wo auch immer man gelesen hat, nur Horrornachrichten über das, was in der Krise passiert, dass die Welt vor dem Untergang steht, die Wirtschaft komplett zusammenbrechen mag. All diese Dinge, die sind da durch die Nachrichten gegeistert. Und das hat natürlich viele, 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 gerade die privaten Investoren dahingehend getrieben, dass sie sagen, oh Gott, nee, also jetzt verkaufe ich mal meine Aktienposition oder geh um Gottes Willen nicht long. Und was ist nun? Nun stehen sie da. Damals stand der DAX bei 10.000 Punkten. Jetzt stehen wir bei 12.800 oder 12.700. Da ist sozusagen die Rallye schon an vielen massiv weit vorbeigelaufen. Und das ist jetzt natürlich die Frage, wie kann man mit sowas umgehen? Weil wir sehen ja ganz klar, wo die Richtung hinläuft. Und auch eins ist festzustellen, die Unternehmensnachrichten, die sind weiterhin sehr, sehr schlecht. Aber in der Zukunft gehen halt die Unternehmenslenker davon aus, dass es besser wird. Und wer jetzt mal durch die Städte läuft, ganz klar in den Geschäften ist vielleicht noch nicht so der große Rand. Aber wenn man sich mal umschaut, wie es in den Cafés und Restaurants ausschaut, die Leute gehen schon hin. Die Leute geben schon Geld aus. Und die sind auch nicht knauserig. Das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, dass da nicht gesagt wird, naja, wir trinken heute mal nur ein Bier oder ein Glas Wein. Wenn man vorher zwei oder drei gehabt hat, die Leute geben es halt auch einfach aus, weil der Job halt auch noch da ist. Viele Leute sind ja gar nicht so in diese massive Arbeitslosigkeit gekommen. Und das ist das, was jetzt vorausgespiegelt wird. Dass man einfach sagt, okay, das, was wir jetzt gehabt hatten, war geschuldet den ganzen Lockdowns. Die Bürger konnten ja kein Geld ausgeben. Die Lieferketten mussten ja gestört werden, weil die Unternehmen nicht produzieren. Und jetzt fährt das so langsam Stück für Stück wieder hoch. Und da haben wir jetzt halt wirklich die Situation, dass wir sehen, das, was jetzt hier gespielt wird von den Märkten, ist der Optimismus. Und das ist halt das, wo man dann sieht, da läuft der Markt den realen Daten vorneweg. Ja, und genauso wie wir Übertreibungen nach unten sehen, können wir jetzt auch eine Übertreibung nach oben sehen. Und wir stehen in Kürze wieder deutlich tiefer. Ich habe echt keine Ahnung. Aber die Frage ist jetzt halt, wie kann man sich bei sowas entsprechend gegenpositionieren. Und ich persönlich auch, wenn ich den Chart jetzt sehe, dann wäre ich natürlich viel, viel lieber hier unten in die Longposition gerichtet. Ich bin erst ein Stückchen höher Long reingegangen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin da auch nicht perfekt eingestiegen in meine Investments auf der Longseite. Aber man muss halt sehen, was der Markt hier spielt. Und wenn man dann sowas sieht, dass hier beispielsweise der Markt immer wieder um die 10.200 eine Unterstützung bekommt, leider, dann ist das ein Zeichen. Ein Zeichen, dass der Markt einfach will. Und hier schaut mal, schöne Umkehrkerze. Das hatten wir, glaube ich, hier auch besprochen. Und dann trendet der Markt nach oben. Und das ist halt einfach das. Die Wirtschaftsdaten sind momentan noch schlecht, weil sie einfach rückwirkend betrachtet wurden. Die Zukunft scheint ein bisschen besser auszusehen. Und dass die Zukunft besser aussehen kann, das haben wir am Freitag ja gesehen bei den Non-Farm-Payrolls. Der Markt hatte eine sehr, sehr schlechte Zahl. Nicht so schlecht wie beim letzten Mal. Keine 20 Millionen, sondern nur 8 Millionen erwartet. Aber es war halt ein Plus. Das heißt, wir hatten ein Stellenwachstum. Und das war die riesengroße Überraschung für den Markt, wo wir dann diesen großen Rand gesehen haben. Und das ist einfach der Punkt, den es hier immer zu beachten gilt. Bitte nicht nur die Wirtschaftsnachrichten angucken und sich eine Meinung bilden und diese Meinung versuchen zu traden, sondern zu sagen, okay, die Wirtschaftsnachrichten sind, wie sie sind. Was macht denn der Markt aus dieser Nachricht? Und dann entsprechend das aus der Nachricht zu machen, was der Markt macht, das ist der richtige Weg. Und ganz klar, in so einer Situation, hier unten, All-In, naja, jetzt kann man sagen, das wäre gut gewesen, All-In zu gehen. Also das heißt, hier von der klassischen Handelsstrategie auch mal zu sagen, okay, ich bin etwas zögerlich, aber der Markt zeigt mir schon die Long-Richtung an. Dann geht man halt einfach mit einer kleineren Position rein und skaliert sich oben rein. Das heißt, wenn die Märkte dann wirklich weiter positiv nach oben spielen, dann kann man einfach dort rein skalieren, nach oben hin, die Positionen pyramidieren. Und dann das Ganze Stück für Stück voranschreiten und forcieren. So kommt man so ein bisschen dazu, dass man so ein Gefühl für den Markt bekommt und auch den Markt mitgeht, obwohl die Fundamentaldaten noch schlechter sind. Aber da kommt man halt ins Fahrwasser rein. Und wenn man einmal in diesem Fahrwasser ist, dann kann man auch viel, viel besser entsprechend Entscheidungen auch treffen. Also das mal so ein, ja, sag ich mal, so ein kleiner Ausblick in das, was hier an dieser Stelle zu erwarten ist, was hier auf uns zukommt, beziehungsweise was der Markt hier entsprechend spielt. Und ob wir tatsächlich hier die 13.000 Punkte Marke direkt rausnehmen oder wir jetzt erstmal ein bisschen was an Korrektur sehen und wir dann nach oben laufen oder wir nochmal ganz, ganz tief runterlaufen, ich habe echt wirklich keine Ahnung. Aber ich weiß halt als Händler, ich kann mich darauf verlassen, dass ich halt meine Handelsstrategien habe. Und das ist ja das, was ich hier an dieser Stelle auch sage, macht euch eine Strategie, arbeitet danach und dann spielt einfach den Markt mit und vergesst so ein bisschen mal die Fundamentaldaten an dieser Stelle. Es ist immer wichtig, die Fundamentaldaten mit im Kopf zu behalten, auch Zeiten, wann Nachrichten rausgegeben werden. Aber bitte, wenn man immer wieder die Nachrichten im Kopf hat und verpasst komplett die Märkte, dann muss man einfach daraus lernen und sagen, okay, es macht keinen Sinn, wenn ich nur die Fundamentals im Kopf habe. Ich muss mich auch ein bisschen nach dem Markt richten, weil wir verdienen das Geld ja nicht durch die Fundamentals, sondern durch die Marktbewegung und deswegen das Ganze hier am Markt mitspielen. Also ich hoffe, das hat so ein bisschen geholfen, die Frage zu beantworten. An dieser Stelle jetzt haben wir sechs nach neun, hoppala, da bin ich aber weit gelaufen heute. Also danke fürs Zuschauen an dieser Seite, sorry für die kleinen Probleme, die wir hier gehabt haben im GoToWebinar-Stream. Ich denke mal, morgen wird das Ganze wieder besser laufen von der technischen Seite her. Und dann sage ich mal, einen guten Wochenstart, gute Trades und bis morgen früh um 8.30 Uhr, wenn wir hier wieder die Märkte live besprechen. Danke fürs Zuschauen, empfehlen Sie uns weiter. Geben Sie der Website hier auf Facebook von Tickmüll Deutsch das Like und dann sehen wir uns entsprechend wieder. Bis dahin, danke und tschüss.